Hallo und willkommen zurück zu Lens Play. Ich habe es nun ja. Wir haben geschlafen. Aber das ist scheißegal. Schauen wir uns mal das Twitter. Ja, sehr schön. Ja, megamäßig Twitter. Da stehen so geiler Mixer. Ja, können wir zusammen mixen. Und da ist der Hund. Und so hier. Ich habe mich etwas beruhigt. Auch wenn der Hund scheiße gelaufen ist. Ich darf das nicht zu sehr vorhalten. Ich habe den 12. Das ist noch zwei Tage zum Wald. Ich räum mir nass ab. Wo auch nicht. Okay, ich werde. Oh ja, Bianca, hallo. Du, wie es sieht, hört wirklich aus. Ähm, wo bist du? Da bist du. Und dann will ich noch. Dich und ich hoffe, dass du nicht im Video. Das ist mein Daumenort abgeschlossen ist. Was brauchen wir noch? Oder brauchen wir es? Ich weiß nicht. Brauch ich es? Okay, Moment. Ich möchte das probieren. Was hast du probieren? Volumen. Komm her. Komm hierher. Komm hierher. Co. Bravico. Nein, nein, hierher. Komm hierher. Komm hierher. Grauenhaftes Jockengeräusch. Schnell. Und raus. Ich gebe mir die Kuh raus. Äh, das ist für Scheiße. Gewicht Geld haben wir jetzt. Gut, wir haben 5.000. Yay, yay, yay. Das heißt, wir können unsere, 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 ja. Oh, crap. Demons. Wir haben gewisse Kram. Ja. Vollkommen auf. Stärken. Da können wir geil so. Und jetzt dann ist, wenn wir das auskramen. Da bin ich gespannt. Ich jetzt schon gespannt. Und. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Einmal. Du kommst wieder rein. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und ein fünftes Mal. So. Dann die Eier. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Ein. Du bist drin. Zwei. Drei. Vier. So. Und du kommst auch mit. So schön. Dann wieder auf. Zum. Zum. Allmächtigen Schmied. Zum Schmied. Den Allmächtigen. Äh. Ja. Die nächste Tage werde ich dann einfach. Nur. Ja. Gib mir. Oder so die Holtzacken gehen. Wie viel Holtzacken gehen. Holtzacken. Ja. 168. Ja. Ich geh. Ich geh. Holtzacken. In den nächsten Tagen. Und hier. Ja. Okay. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Das sollte nicht funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Keine Ahnung. Ich wollte das eigentlich etwas beschleunigen. Äh. Dass der Typ hier einfach schnell aufmacht. Oh. 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 Das tut ja. bloß. Er war wirklich so. covertIn- Ich hab's. Ich hab's. drei Tage wie es jetzt ja ich will die heißt Joppa durch die Mühle und auch die Kinder oder ob ich ganz schön weiter raus egal auf zu mehr zu meiner Klinik die ich alles lieber ja ja man schauen wir werden kommen ja ich denke ich werde trotzdem die nachtage im flug springen mit mir stellt doch dann komme ich will eigentlich halten ich bin dann auch die nächsten tagen einfach nur mehr wischen den eibring um die tiere kummer und damit auch mich will ich will ins beton ja das werde ich jetzt auch tun nächsten bis zum 15 bis zum 14 wenn ich im 14 haben wir den walddienst hatten mit Schokolade 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 ja es kommt schon ja es kommt schon Schokolade Schokolade ja wir haben uns nicht gekümmert als so ab Moment mal und die Ektion wir müssen sich um das Pferd gekümmert das haben wir auch nämlich daran verletzt Objektion b und ja auf alle Falt warum keine normalen Videoschon ein Grund dafür ist den scheiß Fehler nicht gemacht habe inspekt der Gadget Treib hat es mir kein MIE das ist das Mikro einzuschalten und warum kommt dann Toren und ich fragte euch einfach weil ich das aufnehme weil ich zu viel beschäftigt bin mit Personal Reportable zu spielen ja heute gekommen nein ich will nicht über die Steuerung müssen ab ins Bett wirst du da genau und für dich bei ja da geht es heute ach ich habe gedacht nichts wenn es nicht wenn ich euch nicht gewählt ist auch blöd das hängt wie ich euch zumindest habe ich nun damit ihr nichts was habt dass ihr anschauen könnt von mir damit ich nicht ganz tote will es hat auch mit dem namen heute auch geladen das auch schon oben sein müsste und ja wer heute den tag du komm her komm her blöde kuh zweitig woher dieser satz kommt du blöde kuh es kommt von den ganz kühlen die nicht hören wollen wenn man nach ihnen ruft mit der Glocke da kommt du blöde kuh genau bianca das ist heute wieder glücklich aus wo rennst du schon wieder hin äh nein ne du ich schieb dich jetzt geh los geh weiter nach hinten was was hielt die eigentlich da vorne ey ich meine ich weiß nicht äh kann es nicht sein so sehr schön und Milch verkaufen man muss mit gut dann ab in den nischern aneinschaft gehen mit dem pferd zu den pferden fertig feiert hat vierten gesagt ich gehöre viel auf bei anderen let's playern das kann doch immer wieder vorkommen dass ich wir sind ja anhand meiner abos dass ich ziemlich viel andere let's playern und ja da sagt man halt dann immer fängt dann halt immer ein paar sachen ab diejenigen durch die let's playern und viele andere aufschauen denke ich kann das verstehen oder könnte es nachvollziehen zwei zwei drei vier fünf 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 und ich habe schon wieder hin zu wenig genommen ich bin zu blöd zum zehn da waren waren kräg zahl zahl lag meinte ich ja ich sage schon ich sage schon fast schon kriege danke lieber jing zum ende der du dieses video nie sehen wirst ich habe doch noch eine foto ich habe ich habe so sehr schön das eine münchen mehr danke moment ich gehe hierher 90 gut genug und ihr was weg davon aus geht kann seine damit am ausgang rum dann wir mit 46 ich habe meine achse auspacken noch ein bisschen holzfällen war das super eine gute tageeinteilung aber für die kurzen tage hier ein bisschen holzfällen bis 10 uhr wird und morgen werden wir auf dem aktplatz schauen denn da gibt es sicher mehr wie was super schönes da sie uns ja über alles liebt ja sie wird uns geheiratet also wird sie mir wohl mir schokolade schinken so viel kann ich wohl erwarten draufhauen das war zu wenig so genau v habe ich 8 uhr vorbei sehr schön so gehen wir noch wenn da haben wir gleich noch einen da unten ja den finden wir auch noch und dann geht es auch in richtung mary bibliothek und dann geht es auch schon wieder sobald ich bin aber wieder in die haja in der schlafen und denn ich freue mich schon so was auf dem Walddienst und ich bin gespannt auf Moment mal und der Zaun ist wird immer kaputt Moment ich habe ne Idee du fein mit dir und ich ich pack das holz weg denn sonst und ich merke gerade der akku wo man den kontroller ist fast leer beziehungsweise die batterien und ich pack das holz das wir hier haben lieber weg denn sonst wird es nur kaputt und dann haben wir gar nichts von dem holz so haben können wir es jetzt wieder lagern und können es später dann wieder benutzen wenn wir jetzt mit ja ruhig wir haben jetzt überhaupt 212 nicht schlecht nicht schlecht nicht schlecht ich habe schon fast 12 minuten wieder an Zeit ja zwölf 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 dir am Anfang nein mit Z natürlich ich danke dir wir reden einfach mit dir so wie wir es immer gemacht haben weil ich es die Hochzeit zwei langes Hochzeit machen jetzt weil ich ich kann es nicht mehr ausschalten ich muss einfach rennen ich muss einfach testen 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 ja ja wie oft ich den scheiß schon gespielt habe bei mir langweilig war hab so viel spieler aber musste ja unbedingt das spielen und das öfters durchspielen ja dann meine ich vorteil 2 super spiel nur zu empfehlen auch wenn man es schnell durch hat meine meine noch zwar dauert es dauert zwar länger als wie der erste teil aber geben wir trotzdem alles noch etwas zu schnell und jetzt schauen wir uns noch mal auf den kalender was zum einen hinstatt da steht Winterherte danke für eins wäre es nicht schön wenn die Mädchen des Dorfes dir Schokolade schenken okay es ist das mit der ernte tankfest das heißt wir schauen dass wir um 10 uhr auf dem fest platzieren wozu erstmal unser Pferd 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 Würsten da ist ja die Würste Hallo Pferd wurde auch genannt Konoka da obwohl dieses Pferd Pferd Männchen ist kein Weibchen so Bianca schläft da aber trotzdem legen wir sie auf einfach so weil wir es können so so und ja merkt schon dass die Batterien von der Kontrolle er geht ein paar Tasten ja man merkt immer beim Kontrolle wenn die Batterien werden wenn ein paar Tasten nicht immer beim ersten mal funktionieren wollen so so ich auch das vor mit dem Hühnefutter und deswegen wir geben wir uns jetzt hier wieder rein einmal zweimal dreimal viermal fünfmal so eins zwei drei vier fünf sehr schön mal schauen ob wir mir heute überhaupt ein Geschenk machen können ich weiß es nicht aber ich nehme lieber trotzdem ein Ei weg mit so ein zwei drei vier so wir haben wie viel Geld nein 110 nicht viel aber egal so dann dann ergeben wir was machen wir es nicht das ist jetzt 640 wir sind mit unseren Tieren fertig gegeben auf dem Weg zum Dorfplatz wir schon einen Brief bekommen haben nein wir haben leider keinen Brief getrieben oh mega traurig modus ja ja ähm dann mal auf Richtung ähm Dorfplatz wo wir vom Dorfplatz ach warten bis es sinnüber wird was kann ich dabei erzählen hm 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 weil vorsprung kann ich ja leider nicht also ich konnte auch immer das nicht funktionieren mit ja ok ich brauche nochmal ne funktionierlich warum auch immer ich weiß es nicht funktioniert nur so äh also es ist 8 uhr 30 hm was könnte ich schweres erzählen ja ich spiele vor so drei Worte ne ich hab meine Vor ich hab vorgestellt und ich hab's eigentlich bekommen ja ich hab's vorgestellt beim publisher ghost light und hab ein super schönes cooles vorbestellter T-Shirt dazu bekommen cool ja ähm wer bist du denn zu der Emo Emo ich habe keine Arbeit finden also habe ich mich entschlossen aus dem Dorf vorzugehen ähm ja Hartz IV Empfänger wie die Deutschen sagen würden äh für uns Arbeitsloser Beantrag nach Notstand tut's rottl naja wenn's bloß alles nur sein wenn's bloß nur sein wenn's bloß nur sein einfach wäre bei uns du kommst du kommst Geld für fürs Arbeitslos sein ich mein das ist das ist das so gut denn man braucht auch immer arbeitslos es geht und man muss auch leben ok hier ist einmal schon nichts los ich darf dir aber das Wind sehr ein Gedanke ist mal schauen was steht denn so auf dem Plan siehrester Party und neue Spass joo lass uns das halte raus und das neue einleuten die Siveste Vergangenheit um Null am Gipfel die Neujahrsfeier beginnt um 18 Uhr auf dem Rosenplatz und in Dax interessant 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 aus die Wester mhm da werden wir schon verheiratet sein denn morgen ist die Hochzeit lalalala denn ich werde heute noch bis zur Hochzeit spielen so gut da hier nichts los ist gehe ich zu mehr wer schenkt mir Schokolade um 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 hallo ja wie schatz hast du Schokolade für mich hast du Schokolade für mich Hallo ich habe Meile für dich wo ist meine Schokolade warum kriegst du schokolade 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 schoko nade ich muss schokolade warum krieg ich keine schokolade 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 sehr schön wir sind fit das heißt mit uns passt stimmt alles dazu brauchen keine gedanken machen wir ja ich finde das scheiße warum kriege ich keine schokolade ich will schokolade haben ernsthaft seitdem ich will schokolade haben naja gibt es eben keine schokolade wieder raus ich krieg keine schokolade ich bin ernsthaft keine schokolade wieso krieg ich keine schokolade ich bin wütend und das einen tag vor der hochzeit ich meine sowas was sie die frauen erlauben ich meine wenn ihr am 15 februar heiraten würde würde die dann nicht auch am 14 februar euch schokolade wünschen ihr männer da draußen also so rücksichtvoll dürfte die verlobte wohl noch sein dürfen ich meine und dann schlafen wir dann geht es auch zur hochzeit auch wenn ich will ich bin ich bin aber trotzdem verheiratet ich mir nicht mein schatz ja hochzeit mega hochzeit ja geil wo ist die geile hochzeit mucke ja geile hochzeit mucke ja mehr rum knutschen knutschen ja ja mega mäßig knutschen mögt ihr beide zusammen ein glückliches leben naja es kann ja auch sein dass der typ wenig nach drei jahren raushaut also so ist nicht und wir haben unsere ganzen geilen kinder die die reißvoll streuen oder so zeugs aber sie sind nicht mal anders gekleidet für den scheiß ich mein der mein menschen schwiegervater hat einen rucksack auf er oder was war das denn bislang habe ich nicht immer genannt aber jetzt wo wir verheiratet sind habe ich dann gedacht wir einen grüsen abzugehen schatz oder liebling nimm mir liebling liebling ja das hat sich gut lachen lass uns kinder machen deswegen ist der schwarze dafür ist der schwarze bildschirm da damit sie in ruhe kinder machen können ja mal schwarzer bildschirm auf tun ja schwarzer bildschirm auf tun du kannst verschwinden ok ok schwarzer bildschirm auf tun ja moment doch ok was soll der scheiß warum habe ich ein schwarzer bildschirm auf tun du moment so schnell speicher hier sitzen ich habe mir kurz den volater neu ok leute wir haben ein problem gar wie lange ich warte der black screen geht nicht weg was heißt was würde das für uns das bedeutet ich frage mich hier mit ob ihr vielleicht wenn ich benutze ich weiß nicht ich benutze dem psx wie heißt der eigentlich moment mal schauen wir mal ein schlitter hier wieder heißt ich habe keine ahnung wer heißt dem psx finn heißt der glaube ich also heißt die stadt solltet auf jeden fall jeder seite mit der stadt psx finn und nutze die version 1.13 weiß nicht ob es eine neue version gibt aber falls sich da keine lösen finden dass mit der übernahme der safe state in einen anderen emulator muss oder falls ich den einfach update muss kann auch sein dass ich auch gleich noch probieren und falls nicht ich werde noch mal ein video ich werde danach noch ich werde dann morgen oder übermorgen ein video dann noch hochladen wo ich dann bescheid sagen werde wie es weiter geht also ich hoffe es hat sich für sich hierher gefallen und ich hoffe es geht beim nächsten mal ich kann es nicht sagen sonst also wir haben auf jeden fall freitag bis heute also bis dahin leute ciao